Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Donnerstag, dem 24. September 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 892. Heute habe ich die folgenden Themen mit dabei. Outlook for Mac, Renault 4, Opera for Android, Google Maps und Galaxy S20. Heute bis auf das erste Thema ganz viel Androidiges und Googliges. Ich beginne gleich mit einem Insider, Microsoft oder besser gesagt Outlook Insider. Wer das Ganze genutzt hat, die ganzen Apps aus dem Insider-Programm, der konnte das neue Outlook für den Mac schon ein bisschen begutachten. Das neue Design ist BigSure, kompatibel vom Look & Feel. Es hat den Microsoft Fluent Design Intus und schaut einfach schick aus. Auch die Aufteilung zwischen Eingang, dem Eingang selber, dem Mails und dem Kalender sind wirklich sinnvoll und machen Freude in der Nutzung. Ich habe sie über die letzten eineinhalb Monate ausgiebig für euch antesten können. Weiter geht es mit Oppo. Die haben schon angekündigt, dass per 1. Oktober ein neues Mittelklasse Smartphone angekündigt wird. Obwohl angekündigt der falsche Begriff ist, der Launch wird stattfinden. Im letzten Jahr war es noch in London, in diesem Jahr logischerweise mit einem Online-Event. Und da zeigen sie das neue Smartphone. Mit dem Launch und nicht Ankündigung meinte ich es somit, weil das Gerät selber schon in China angekündigt wurde im Sommer dieses Jahres und jetzt auch den Weg zu uns findet. Das Ganze gibt es in einem 4-Paket. Das gibt das Oppo Renault 4 Pro, das Pro 5G, das 4 SE und das Renault 4 5G ohne Pro. Welches davon es in die Schweiz schaffen wird, das wird sich zeigen. Das wird sich sicherlich am 1. Oktober auflösen. Viel Hardware zu einem guten Preis. Ich bin gespannt und vor allem gespannt, ob es genauso gut ankommen wird, wie das Renault 2 vom letzten Jahr, welches ich nach wie vor auch heute noch täglich im Einsatz habe. Wir wissen, werden wir dann nächste Woche. Dann hat per heute auch ein neues Update gegeben für den Opera-Browser. Genau gesagt, den Opera-Browser für Android und für PC. Da gibt es Updates. Neu ist im normalen Opera-Browser, ich spreche jetzt hier nicht vom Touch, sondern vom normalen auch mein Flow mit drin und es lassen sich einfach Daten und so weiter austauschen. Auch Passwortgeschichten und solche, Dateien, Texte, Links, Bilder können jetzt einfach vom Smartphone auf den Desktop geschoben werden. Und logischerweise auch in Richtung iOS, welches das schon länger kann. Da gibt es aber nur die Touch-App und das ist eine meiner Favorite-Browsers neben meinem Safari auf dem iPhone und natürlich auch drüben bei Android. Dann hat Google Maps ein Update oder wird es in den nächsten Tagen ausrollen. Wie man Staumeldungen, ÖPNV-Meldungen, solche Geschichten sehen kann, wird man zukünftig auch ein Covid-19-Layer bekommen, wo man sieht, wo so die Hotspots, in welchem Bundesstaat, Provinz, Kanton, wie heisst das bei euch in Deutschland, Bundesland etc., wo das Ganze am Brennen ist. Das könnt ihr bald schon in Google Maps drin sehen. Finde ich spannend und genauso spannend wird das neue Smartphone aus dem Haus Samsung sein, das Galaxy S20. Jetzt denkt sich der eine oder andere vielleicht, ja, das haben wir doch schon im Frühjahr gesehen. Das ist korrekt. Samsung bringt jetzt das FE oder die FE-Version raus. FE steht für Fan Edition. Samsung hat wie immer in den letzten Jahren auf seine Fans gehört und hat in ein günstigeres Telefon, also ein Mittelklasse-Telefon, haben die Highlights von der grossen Serie vom Flaggschiff vom S20 eingebaut und möchte somit einige Nutzer glücklich machen. Das Ganze gibt es in der 5G-Version, aber auch in der non-5G-Version, je nachdem mit Qualcomm oder dem Samsung eigenen Exynos Prozessor und gibt es in diversen cloudigen Farben. Das Ganze soll ein bisschen cloudy sein. Sie schaut schick aus. Die Ausstattung klingt auch nicht übel. Preis muss man wissen, was man möchte, aber man muss Samsung zugute halten. Hier bekommt man ein Gerät mit Update-Garantie über die nächsten Monate und das eine oder andere Jahr und somit dürfte dann der Preis auch wieder gerechtfertigt sein, wenn man es mit anderen Modellen und Herstellern vergleicht. Was meint ihr zu dem neuen Telefon oder auch zu dem von Oppo? Lasst es uns doch mal wissen, Feedback und so weiter. Und wenn ihr mögt, dürft ihr uns auch gerne im iTunes Store, bei Spotify oder diversen anderen Plattformen, wo wir vorhanden sind, auch einen Kommentar dalassen, eine Bewertung, 5, 4, 3, 2, 1 Sterne, so wie ihr halt mögt und gerade darauf seid. In diesem Sinne habe ich noch einen schönen und vor allem erfolgreichen Tag. Ich gehe jetzt schlafen und freue mich morgen auf die neuen Pakete, die mich erreichen werden. In diesem Sinne, euer Pokipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.